Zwei Augenoptikerinnen, zwei Kamerateams und mehr als 200.000 Brillenträger in Leipzig. Guten Tag, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Sie tragen eine sehr schicke Brille. Darf ich fragen, von welchen Optiker Sie die haben? Von Vielmann. Ah, sehr schön. Ihre Brille ist mir gerade aufgefallen. Würden Sie mir verraten, wo Sie die herhaben? Von Vielmann. Von Vielmann? Ja. Von Vielmann, klar. Sie haben sich bei Vielmann gekauft, direkt hier vorne. Bei Vielmann? Bei Vielmann. Das ist die Vielmann-Werbung. Meine Meinung über Vielmann kann ich Ihnen gerne sagen. Ja, dann gehen Sie mal los. Wenn Sie Ihren Freundinnen oder Freundinnen einen Optiker empfehlen müssten, den würden Sie empfehlen und warum vor allem? Vielmann, weil ich bin dort sehr zuvorkommend behandelt worden. Ganz klar, Vielmann. Also meine ganze Familie ist dort, wir sind super zufrieden seit Jahren. Ich bin kompetent beraten worden und alles hat gestimmt. Vielmann kümmert sich auch darum, eine gute Brille für mich zu finden. Es sind sehr kompetente Mitarbeiter, die mir immer auch weitergeholfen haben. Wenn irgendwas an der Brille ist, kann ich mich immer an Vielmann wenden. Seit ich fünf Jahre alt bin, trage ich Vielmann-Brillen. Keine Diskussion, ich werde dort wieder hingehen. Da war ich bisher immer zufrieden und deswegen bleibe ich auch dort. Vielen Dank. Dankeschön. Du warst jetzt auf der Straße angesprochen. Ja, komisch. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das gespielt wird irgendwie im Fernsehen, aber da war ich jetzt echt überrascht, dass man hier direkt auf der Straße angesprochen wird, wenn man eine Brille dreht. Entwarte. Stem30ml.